Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mit dabei ist Tales und Plakon auch mit dabei. Servus. Hallöchen. Und jo, bei der letzten Folge habe ich hinten den Garten gemacht. Bisschen ausgebaut. Ja, und jetzt fangen wir glaube ich an mit dem ersten Mord. Mal schauen ob der... ich glaube der Ding Mord ist dabei, oder? Welcher? Der... ach komm, wie heißt der? Sagen wir es? Deiner, der hat TomCraft oder was? Nein, nicht der TomCraft, der mit den Büchern reißen. Achso, MystCraft. Ja. Jaja. Ok. Ja Leute, dann fangen wir mit MystCraft an. Hast du schon Tinte und Papier? Tinte... ja Papier habe ich schon ungefähr. Hinten habe ich ja, wenn du siehst, mein Garten, habe ich schon ein bisschen mehr, weil für Makie brauche ich ziemlich viel Papier und so. Mhm. Da habe ich jetzt hinten lauter Ding, also Zuckerrohr ziemlich viel angebaut. Ich geh mal da in den Garten besuchen. Mhm. Ja, dann müssen wir dann auf jeden Fall brauchen wir eine Menge Tinte. Also schwarzer Farbstoff. Den brauchen wir ganz viel. Weil wenn wir in MystCraft, da können wir in Biome reinkommen, da ist nicht gerade wenig drin. Seien wir so. Meiner Erfahrung nach sind die ersten Biome aber immer die, ja, nicht so toll. Wenn wir dann gucken. Alter, ich habe Hungersnot hier. Ich habe was in der Essenskiste. Ein bisschen was. Da oben, da oben. Ich nehme die Kartoffeln und das Brot. Ich tue dann auch wieder was rein, wenn ich hinten... Du weißt eh, dass du Weizen da reinschmeißen musst und kurbeln. Hm? Wenn du Weizen in den reinschmeißt, bekommst du Mehl. Ja. Und da kannst du aus einem ein Brot gewinnen. Nicht aus drei eins, sondern aus eins eins. Wie jetzt? Normal brauchst du ja drei Weizen für ein Brot. Ja. Und wenn ich da jetzt ein Weizen, bekomme ich ein Mehl. Und aus einem Mehl bekomme ich ein Brot. Das heißt, ich habe eins zu eins und nicht eins zu drei. Muss ich da unten Kohle rein dann? Nee, oder? Ja, das ist der normale Ofen. Dann bekommst du eben aus eins und nicht da brauchst du drei Weizen für ein Brot. Sondern ein Weizen für ein Brot. Ja, aber wie heißt, wenn wir ja richtig viel Weizen haben, dann brauchen wir doch gar... Wie heißt, brauchen wir doch nicht mehr sowas machen, oder? Im Prinzip ist es wurscht. Du brauchst eben statt drei nur einen. Wenn wir dann 10.000 Weizen haben, wird es nicht mehr so schlimm sein. Aber bis wir da so viele Weizen haben, es dauert noch. Aber du kannst aus den... ach ja, aus diesen Bali kannst du sofort dieses Mehl machen. Ja, genau. Ja. So richtig. Weil da hinten habe ich hauptsächlich bloß Bali angepflanzt. Da hinten habe ich bloß Bali angepflanzt, kein normales Weizen. Ah so, okay. Ja, bei dem ist es wurscht, ja. Da brauch ich nämlich dieses komplizierte da machen. Ach ja, Redstone habe ich noch ein Stück. Ja, ich habe auch acht. Ich werde mir mal gar die ersten Maschinen bauen, dass wir immer kurbeln müssen. Marottenstein. Korbber habe ich jetzt seit... Ähm, ich muss, äh, ja. A GMS Malabort Dinge killen. Ah, sieht nicht ausgegangen. So ein paar Tintenfische umbringen und dann geht es weiter. Gehen wir auf Tintenfisch die Jagd. Haben wir überhaupt irgendwo Wasser? Ja, mehr Flüsse. Haben wir eh ein schönes Biom. Außer dass dieser, äh, der Vulkan ein bisschen Biom zerstöre, also dass ein bisschen Junkfehler sind. Haben wir eigentlich recht schönes Biom erwischt, hätte ich gesagt. Noah. Irgendwann den, den Krater vor unserer Tür schütten wir irgendwann zu. Wenn wir uns die, äh, Druckplatten geholt haben, dann brauchen wir den Meteor auch nicht mehr. Lava ist auch hier. Das ist immer gut. Ja, ne, ich baue jetzt mal einen normalen, ähm, Kohlegenerator. Was ist das? Obsidian. Obsidian. Obsidian Tile. Ja, da müssen wir schauen, das ist irgendwie so eine Kugel Gefängnis oder irgendwas. Da war so ein Banner drauf. Müssen wir schauen, was das dann ist. Ich schätze mal, das ist Taumcraft. Wahrscheinlich. Alles, wo irgendwo Obsidian... Ah, du doofe Spinne. Auf der Oberfläche spornt ist Taumcraft. Eigentlich schon. So. Das werde ich dann, das werde ich dann später auch noch rausbekommen, wenn ich mit Taumcraft mache. WTF Witterkatze? Es geht weiter mit dem Sterben. Ich hasse diese Witterkatzen. Denkst du nix? Läufst ganz normal und dann greifst du eine Witch an? Kommen da fünf Witterkatzen? Hey, seit wann geht das, dass man in der Tinkers Workbench mit NEI das Rezept reinlegen kann? Das ging vorher noch nicht. Das wurde rausgepatcht. Cool. Das ist cool. Weißt du was schwul ist? Was denn? Vorm Haus stehen wieder so Reiter. Ja, schön, dass du mich umbringst du scheißverfickter Reiter. Ja, warum denn nicht gleich? Ja, genau. Soll ich mitgehen mit dir? Ich habe ein Schwert. Voll'n Kneit. Ja. Hallo, wer ist hier? Ähm, Tails, glaube ich. Zack, zack, zack. So, wo bist du denn gestorben? Einmal hier. Und dann komm der nächste schon wieder. Ja, ist dein Pferd tot, hm? Tschau, blöd. So. Dann hole ich erstmal mein Essen. Ja, da ist nochmal eine Spinne. Hinter dir ist ein Zombie. Jetzt ist er vor mir. Eventuell wäre vielleicht gescheit, beim nächsten Serverstart PvP deaktivieren, hm? Wenn wir hier, oder? Währenddessen wir noch keine PvP-Kämpfe haben. Ja, ich habe meinen Kopf wiederbekommen. Das sicher schon viele. Ah, schau mal. Ja, die kommt man eigentlich relativ selten in seine Köpfe. Ja, jedes Mal, wenn man stirbt, oder? Nein. Das ist so random. Hier hinten sind wieder Katzen. Ich greife die nicht dann, die bringen mich um. Da drin kann man alles nehmen, was man will. Äh, ja. Schöne Mizi. Schöne Mizi. Schöne Mizi. Bitte verschwone mich. Okay, Mizi. Ich lass dich. Tschüss, Mizi. Brafi, Mizi. Böses Skelet. Böses Skelet. Böses Skelet. Böses Skelet. Schlag dich mit der Mizi, nicht mit mir. Ah, klar triffst du. Da hinten sind zwei so Katzen, Alter. So wieder Katzen. Das ist richtig abnormal. Da ist halt, wo sind eigentlich diese Villager-Beschützer? Da ist keine Sau mehr da von denen. Ja, ich glaub dir mal umbracht. Was ist das für ein abnormales Viech? Ich glaub, unsere Dorfbewohner sind jetzt jetzt Zombies geworden. Ah, das ist von Ender Zoo, diese Zombies. Das war ja wieder ein eigener Mod deswegen. Ich weiß nicht, das kann schon sein, wenn der Server rennt. Weißt du, dann werden die einfach alle umgebracht, wenn wir nicht da sind. Das ist halt das Problem. Oh man. Na gut. Oh shit, hast du schon Gold? Jep. Kann ich mir einen Barren klauen? Äh, ich muss die ES brennen, ich hab eh bloß viel Gold. Ja, dann gibts her, ich tu's gleich drüben grinden, dass wir einigstes mehr daraus haben. Wenn ich bau jetzt eh den Pulver an eine Säckmehl zum Verdoppeln, dann braucht man immer kurbeln. Und das geht das alleine. Okay. Ich warte glaub ich bis es Tag wird. Ja, ist glaub ich besser. Lässt du mal eine schnell? Irgendeiner? Hm. Wir müssen schlafen gehen. Warte, da ist kein Zombie. Noch was? Ähm. Gibt's hier keine Betten oder so? Noch nicht, eins haben wir nur dabei. Ach so. Okay, geh, kannst wieder drauf. Okay, ich mach mir glaub ich jetzt nicht mehr. Geht's auch schon im Bett. Mal schon bauen. Schau, weißt du was cool ist? Man kann diese Chisel, dreh ich mal um. Diese Chisel kann ich essen. Hä? 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 Ja, keine Ahnung. Irgendein Fehler. Ich krieg kein Essen da durch, aber man kann sie essen. Hauptsache steht wieder ein Creaver, voll unnötig. Ich bin ja bloß doch beim Bauen, Alter. Von den, von den, äh, von den Zerstörten, von den, äh, Ding. Von den Viechern. Schau mal, schau mal in meinen Kisten, ne. Da ist nochmal was, drei Wolle. Kannst du im Bett machen. Bett, 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 Bett. So, da. Jetzt machen wir uns noch einen Capacitor. Brauchst du rubberwood? Äh, verändere oder wer nicht? Wo ist das Kupfer? Hast du was? Ein Wolle? Ja, da ist ein Pferd, was von der Spitzsage erschlagen worden ist. Ja, und da ist immer noch. Ach ja, ich habe einen Dungeon gefunden. Sehr gut. Aber den war ich noch nicht drin. Ich weiß ungefähr, wo er ist. Bei meinem letzten Tod auf jeden Fall. Alter, der Junge, wenn du meine Videos schaust, ne. Tot, tot, tot. Ne, das siehst du bloß auch im Himmel dauerer Strahlen, Alter. Das ist richtig abnormal. Wie macht man die weg? Äh, mit, äh, du musst ins Menü gehen. Und dann kannst du, äh, den remove'n. Dann gehst du oben auf diese Fahne. Da stellst du also Waypoint. Und dann kannst du auf Remove gehen. Und dann kannst du's löschen damit. Weil ich will die Waffe behalten wahrscheinlich. Weil die schon geil aus. Du kannst dich aber auch widersetzen. So ist es nicht. Yay. Ich habe einen umgebracht. Ein Tateos. Noch ein Tateos umgelegt. Yay, Row am Kelly. Keine Ahnung, was das ist. Wahnsinn. Sobald man anfängt zum Maschinencraften, geht Material drauf. Das glaubt man gar nicht. Yay. Okay. Ich hab damals, äh, mein, mein, mein Ding gekennzeichnet, dass ich da war. Sag mal wie. Mit einem Waypoint? Nein, ich hab mein Kopf hingeklatscht. Wie mal wo dein Kopf ist, ist dein so. Ja, da muss mir ziemlich viel hören, ne? Weil ich bloß so viel Köpfe hab, ne? Das ist abnormal. Ich geh mal meinen. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich am besten jetzt, ähm, so Tinten zeige übergekomme. Kann ich die irgendwie vermehren, ne, oder? Hm, nein. Schauen wir mal, Tinte. Ja, wir könnten, ja, durch Bienen. Aber das sind wir noch, ja, nur durch Bienen. Nur durch Bienen. Aha. Ja, ne, wir könnten uns nicht dienten, Fischfarm bauen. Gleich, schwarzes Gras, was ist das? Ist gleich nur ein neues B.O. Nein, schwarzes Gras und Obsidian-Turium. Das ist Tommy Craft. Ach, das kann doch nicht wahr sein, jetzt fängt das Gewitter an. Aber nur bei dir. Ja, eben. Bei mir ist schön, scheint die Sonne. Los, weil ich was abgebaut hab. Ja, na gut. Selber schuld. Ey, langsam gib es auf die Eier, ne? Jedes Mal, was sie die ganze Scheiße immer bei mir, Alter. Schon den ganzen, die, ist für den ganzen Server entlang, ey. Das ist, ab nun mal. Irgendwas hatte ich Spieltrat gegen mir. Darf ich mir von dir einen Feuerstein stehlen? Kannst. Danke. Feuerstein hab ich hier genug. Ja. So, jetzt warten wir noch aufs Eisen. Wenn's Niederportal geh ich auf jeden Fall nicht, aber das wär dann noch brutale Niederportal. Äh, ja, das kannst du da, also ich geh ohne Chatpack nicht rein. Das kannst du kningen. Äh, ich fahr noch nen Pisten. So, jetzt werden erstmal Schweine gekillt, für Essen. Schafe machen auch Essen. Ja, aber Schweine, das Essen für den Schweine bringen am meisten... So, dalle, wir stehen im nächsten Zeitalter. Wieso? Weil wir jetzt gleich Strom haben. Ah, gut, ist auch knapp. Wenn ich noch Cobblestone hätte. Cobblestone. So. Ah. Passiert euch das auch immer, dass ihr die Pisten falsch herum baut? Äh, nicht unbedingt. Eisen und Greatstone immer verdreht. Wie übersieht das immer. Feuerstein. Wir irgendwie nicht. Okay, dann kennst du mich nicht der Einzige. Okay, dann kennst du mich nicht der Einzige. Yeah, ich bin ein dunkler Biom. Jetzt wird ein hellen Biom. Dunkel, hell, dunkel, hell. So, das ist der Generator. Da haben wir jetzt mal Kohle rein. Und dann haben wir das. Sehr gut. Wir haben Strom und einen Pulverisierer. Ja. Ich hab keine Nerven mehr und brauch, ähm, so Tintensäcke. Ah, zwölfiges Brot weg, ey. Ich bin nur blöd. Ich werd meine Kiste weg. Nee, der bräuchte bestimmt auch, oder? Äh, ja, war mal für die Bücher. Stürzt Horst. Horst ist gestorben. Nein, warum? Er war mein Freund. Ich glaub ich hab noch ne Burg gefunden. Ja, ich weiß. Ja, jedes Dorf dürfte hier irgendwie ein G2, äh, mit sowas, keine Ahnung, dürfte irgendwie so... Dürfte neue Mode sein, oder so. Okay, cool. Horst bleibt hier. Ähm, das... Yeah, das ist ein riesiges Loch. Irgendwie war klar, dass du dir so einen asiatischen Baum holst, ich weiß nicht. Äh, entweder das ist ein Chunk-Fehler, oder... Keine Ahnung, was das ist. Oh. Ich muss diesen vielleicht schon töten.